Musik Herzlich Willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Gott ist an der Arbeit und manchmal geht es Schritt für Schritt. Zwei Zuschriften haben wir bekommen. Und da heißt es, es geht meinem Auge schon wieder viel besser. Gott sei Lob und Dank. Liebe Grüße an euch. Und eine andere Person schreibt, meinem Daumen geht es auch schon wesentlich besser. Gott ist an der Arbeit und das ist er auch bei dir. Hoffnung um 12. Wir wollen dich ermutigen. Heute mit dem Thema Gott erhörte sein Gebet. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen, wenn du Sorgen oder Nöte hast. Wir beten gerne für dich auf gebet.missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, Gott erhörte sein Gebet. Du fragst dich, wem sein Gebet hat Gott erhört? Da steht in der Bibel, in 1. Chronik 4, Vers 10, da steht, aber Jabez betete zum Gott Israels und er rief, bitte segne mich doch und erweitere mein Gebet. Steh mir bei mit deiner Kraft und bewahre mich vor Unglück. Kein Leid möge mich treffen. Was für ein Gebet. Hast auch du schon mal gebetet, Gott erweitere mein Gebiet? Das heißt nicht unbedingt, dass du deine Nachbarn einnehmen sollst oder irgendwas um dich herum. Nein, es ist das Gebiet erweitern, das Wissen zum Beispiel. Erweitere mein Gebiet vielleicht in deiner Arbeitswelt oder in deiner Umgebung, an den Freunden. Das kann alles sein. Kann auch finanziell sein, aber Gott erweitere mein Gebiet. Wenn du auch so eine Gebietserweiterung brauchst, bete, wie Jabez gebetet hat. Und am Schluss dieses Verses heißt es, und Gott erhörte sein Gebet. Das ist doch das, was wir brauchen. Gott erhörte sein Gebet. Und ich glaube, wenn wir von Herzen beten, wir werden empfangen. Und danke, Herr, für jeden, der von Herzen betet. Und Herr, der Gebietserweiterung braucht, wie ein Jabez ganz offen und ehrlich gebetet hat. Herr, erweitere mein Gebiet. Und Herr, du hast dich gefreut, dass Gebietserweiterung, Herr, auch im geistigen Bereich, auch in der Gemeinschaft mit dir. Herr, wir brauchen das. Lass uns das erleben und Freude daran haben. Danke, Herr. Amen. Amen. Eine Frau schreibt uns per E-Mail folgendes Gebetsanliegen. Liebe Geschwister, ich leide nun seit über zwei Monaten an Büschelweißem Haarausfall und die Ursache ist unbekannt. Ich hatte immer sehr langes Haar und habe es mir nun schon abschneiden lassen müssen. Aber es rieselt weiter, beziehungsweise beim Kämmen und Waschen habe ich ganze Büschel in der Hand. Es belastet mich zusehends und ich bin regelrecht verzweifelt. Ich bitte euch ganz dringend um euer Gebet. Auch mein Mann leidet sehr, da er mich leidend sieht. Vielen herzlichen Dank. Und Jesus, ich danke dir, dass du diese Frau kennst mit diesem Haarausfall. Und ich danke dir, dass du die Ursache wieder in Ordnung bringst. Dass du die Ursache beseitigst. Ob es hormonell ist oder ob es, egal an was es ist, du weißt es, Jesus. Und ich danke dir, dass du eingreifst. Dass du mit deiner Heilungskraft jetzt gerade kommst und diese Ursache in Ordnung bringst. Danke, Jesus. Du bist der Herr auch über ihr und auch über ihren Mann. Und ich danke dir, Jesus, dass sie wirklich ermutigt sind, festzuhalten an dir und an dem Vertrauen zu dir. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und dieses folgende Gebetsanliegen handelt von der Wiederherstellung einer Ehe. Mein Mann hat mich und unsere elfjährige Tochter wegen einer anderen Frau verlassen. Da diese Frau auch eine Tochter in fast dem gleichen Alter hat, leidet unser Kind sehr darunter. Heute hat mein Mann sogar von Scheidung gesprochen. Lieber Gott, mein Mann soll bitte zu seiner Familie zurückkehren. Ich bitte um die Rettung unserer Ehe und unserer Familie. Vielen herzlichen Dank, dass sie für uns beten. Und Jesus, ich danke dir für diese Familie, für diese Ehe. Und ich danke dir, dass du auch da eingreifst. Dass du da Frieden hineinbringst. Dass du da Umkehr hineinbringst. Dass du da eine Veränderung der Gedanken hineinbringst. Danke, Jesus, dass da wieder eine Umkehr stattfindet. Danke, dass dein Frieden auch da in dieser Ehe wiederhergestellt wird. Danke, Jesus. Danke, dass wir dir dieses ganze Problem anbefehlen dürfen. Und dass du Mittel und Wege hast, da einzugreifen. Danke, Jesus, dass du mitten da drin bist in dieser Situation. Danke. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen, wenn wir für dich beten sollen. Die Infos sind eingeblendet. Und ein Mann schreibt uns ein Gebetsanliegen für seinen Vater. Liebe Geschwister des Gebetskreises, danke, dass ich mich wieder an euch wenden darf. Meinem Vater geht es nicht gut. Im Januar hatte er einen Hörsturz, wurde operiert und ist taub auf dem Ohr. Wenige Tage danach bekam er Corona. Er war sehr schwach. Jetzt stellte der Kardiologe Verkalkungen an Halsschlagader und den Herzkranzgefäßen fest. Nun muss er in die Herzklinik. Bitte betet für meinen Vater. Danke und herzliche Grüße. Ja, gerne beten wir für diesen Vater. Und so jedes Krankheitsbild ist doch ein Stückchen anders. Aber Gott hat die Lösung für alles. Danke, Herr. Danke, Herr, dass wir dich hier auch um eine Lösung bitten dürfen, Herr. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, auch dass dieses Ohr wieder aufgeht zum Hören, Herr. Ich danke dir dafür. Du hast uns Ohren gegeben zum Hören und ich danke dir, dass wir auch da dich darum bitten dürfen. Und ich danke dir dafür, Herr, auch die Verkalkung der Halsschlagader, Herr. Ich danke dir dafür und, Herr, den Herzkranzgefäßen, danke, Herr. Danke, Herr. Herr, wir wissen nicht, wie es geht, aber du, 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 du wirklich das Wunder, Herr. Und, Herr, bringe diesen Körper wieder in volle Funktion, Herr. Ich danke dir dafür. Amen. Und eine Frau bittet um Gebet für eine Verwandte. Liebe Müllers, bitte betet mit für eine Verwandte von mir. Sie hat Osteoporose und hat sich sehr kompliziert das Becken gebrochen, was operiert werden muss. Sie braucht dringend Unterstützung im Gebet. Ich danke schon jetzt sehr herzlich dafür und hoffe, dass es Gott gut machen wird. Gottes Segen. Danke, Herr, dass du es wirklich gut machst, Herr, dass auch die ganze OP richtig gut funktioniert, Herr. Ich danke dir dafür, Herr, dass dieser komplizierte Beckenbruch wieder in Ordnung kommt. Und ich danke dir dafür, Herr, schenke du Heilung. Und, Herr, wenn auch so viel entgegensteht, danke, Herr. Danke, Herr. Tu du das Wunder und schenk auch den Ärzten das Gelingen dazu. Danke, Herr. Amen. Amen. Gott hat echt Humor, wie eine Frau aus Österreich berichtet. Sie schreibt, bei einer Predigt von euch hat der Herr meinem Mann einen Bandscheibenvorfall im Halswirbel wieder eingerenkt, und zwar mit Hilfe einer Spinne, die sich beim Lesen von oben her niederließ. Durch die ruckartige Bewegung des Schreckens gab es einen Knacks und ab dem Zeitpunkt hatte er keine Schmerzen mehr. Halleluja. Ist das nicht wunderbar, was Gott alles zustande bringt, auch durch eine Spille? Und das nächste Zeugnis kommt aus der Schweiz und ein Mann berichtet. Ich litt seit längerer Zeit an Hüftschmerzen, vor allem auf der linken Seite. Beim Sitzen hatte ich starke Schmerzen. Beim Heilungsgottesdienst am 2. März 2021 sagte Daniel, dass jetzt Leute, die beim Sitzen Schmerzen haben, geheilt werden. Und eine Großmutter schreibt uns, ich möchte mich für eure Gebete für mein Enkelkind bedanken. Er hat die Prüfung zum Industriekaufmann mit der Note 2 bestanden. Auch ist er wieder zum Glauben an Gott zurückgekommen, durch die vielen Hilfen, die er erlebte. Gott segne euch. Wie wunderbar, wenn sich ein Mensch wieder Gott zuwendet. Eine ganz besondere Gebetserhörung ist dieses. Vor über zwei Jahren bat ich sie, für meine Enkeltochter zu beten, die ihr erstes Kind erwartete. Beide Elternteile sind stark höher geschädigt. Gott hat unsere Gebete erhört und ich habe eine vollkommen gesunde Urenkelin. Ich danke dem Herrn so sehr. Ja, und Gott erhört Gebet und er tut Wunder. Gott erhört Gebet und es ist so schön. Die unterschiedlichen Arten, wie Gott Gebet erhört und auch manchmal etwas zum Schmollen oder zum Lachen. Ja, Gott hat wirklich Humor. Das ist wunderbar. Hast auch du was erlebt? Lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Ja, ich möchte dir zum Schluss noch diesen Tipp geben. Gott erhörte sein Gebet. Dass das auch die Überschrift bei dir wird. Gott erhörte sein Gebet. Gott erhörte ihr Gebet. Und ich sage dir, bete Gott und bitte Gott wirklich um Gebietserweiterung. Du brauchst eine Gebietserweiterung. Vielleicht keine größere Wohnung, aber auch vielleicht von deinem Horizont, den du im Kopf hast, wo du wirklich, ach ja, das ist alles so, wie ich es eingeordnet habe. Du brauchst eine Gebietserweiterung. Bete dafür. Und dann wird es auch heißen, Gott erhörte sein Gebet, ihr Gebet. Ja, und schick uns deine Gebetsanliegen, wenn du welche hast. Und wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet und auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Ja, jetzt am Wochenende sind wir im Norden Missionswerk unterwegs, die Nordtour. Wir sind am Freitag in Hamburg, am Samstag in Hannover und Sonntag sind wir in Essen. Wenn du uns mal so richtig live erleben möchtest, buch dir ein kostenloses Ticket auf unserer Webseite www.missionswerk.de Wir verabschieden uns nun von dir und wünschen dir Gottes Segen und alles Gute. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.